Hallo und es kommt zu einer weiteren Woche LS17 Wild Farming, äh, Wild Farming, Farming Projekt, sorry. Pum. Wir hatten vorher irgendetwas, naja. Ähm, der war hier bereit, ja. Der. Güller. Alles schon angesieht. Ja, wenn wir 15, können wir noch gruben. Ja. Sind 15, können wir noch gruben. Gut. Den können wir schon mal bereit machen. Das können wir, das können wir machen mit dem GPS. Ja. 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 So. Gut. Gut. Dann stopp mal still und so. Gut. Dann sehen wir hier schön an. 33 Euro für den Lohn. Wow, das ist schon heftig. So. So. Jetzt muss ich es nachher nochmal neu einstellen wegen dem kleinen Rand dort. So. 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 Sog mir. Gut. Auch hier warten wir bis er fertig ist. Können wir erst noch Gühlen machen. So, ist es jetzt schon Erntereif hier? Ja, ist. Nachtarbeit. Nein, ist noch nicht. Ich wollte schon gerade sagen. Ist noch ein Wachstum. Aber haben wir was im Lager? Die Preise sind einfach so niedrig. Man denkt, dass es über 2000 gehen kann. Locker. So, da müssen wir wirklich noch warten. Das ist krass. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Schau mal, den Hörnern bisschen zu, was der hier macht. Das war's. Das muss man schon lassen. So, die letzte Bahn, da müssen wir ja wieder warten. Und... Dann warten wir. Sind sie jetzt reif? Immer noch nicht. Ja, und die Preise sind halt auch richtig schlicht. Muss man halt mal warten. Und dann ist die Frage, was machen? Das Problem ist, wir sind bei 6000. Es geht ja. Aber wenn man noch die Elfer hat, kommt man halt relativ richtig schnell ins Minus. Und dann, wenn man das so schnell... Ja. Und dann kriegt man nur 1400 für Sojabohnen. Aber der Preis könnte über 2000 gehen. Normalerweise geht dann das Normalpreis normalerweise 2000 so. Die Aktionen, also die Anfragen haben meistens immer 2,5. So. Aber egal. Egal. Obwohl hier könnte auch schon ansehen... Ich könnte... Jo, geht eigentlich schon. Ein bisschen Hilfe. Ich glaube, die hinten. So. Und dann machen wir das. Top man. Von der Giao. Äh. Äh. So. So geht's. Gut. Damit wir sagen, wenn wir uns gefallen haben, dann lassen wir einen Daimler rum da. Schreiben wir uns da. Aber dann vergessen wir. Bis bald. Tschüss.